Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Feed the Beast Horizons. Ja, unsere Sachen blühen hier schön. Und das Zuckerrohr sprießt. Und die Dial ist immer noch hier und der Wald ist gewachsen. Aber leider noch nicht die farbigen Bäume. Schauen wir mal. Okay. Ja, Nerzenmangel ist noch immer. Dann gehen wir jetzt nochmals in die Mine. So, das Eis nehmen wir mit. Spitzhacke könnten wir noch eine herstellen. So, wir nehmen aber nur das Wichtigste mit. Den Rest lassen wir. Ja, jetzt ist schon wieder Nacht. Kann das nicht mal da bleiben. Ja, natürlich schon wieder eine Spawned. Da hat was Blaues gedroppt. Schauen wir mal kurz an. Ein Arkanenstein. Okay. Ja. Dann müssen wir noch Kühe holen. Irgendwo. Ich brauche LED für die Rucksäcke, damit wir umzinken. Und mehr. Ja, mal schauen dann. Also, was ist das hier? Also, das ist dieses Fluorid. Das ist eine Kopfer. Das ist eine Kopfer. Okay. So. Ähm. Ja. Florid. Das ist Buxit. Okay. Dann können wir, glaube ich, Gips erstellen. Also, da ist es. Das ist eine Essenz. Okay. Und hier geht es tief runter. Das ist basalt. Okay. Was das für Ätze sind. Gibt irgendwie gar keinen Sinn. Zinnober. Okay. An Zinnober denke ich an eine Farbe. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Gibt ja in Pokémon Zinnober Rinsen. Ansonsten kann ich jetzt Zinnober nicht. So. Wir sind unten angekommen. Beim Obsidian. Das erste Obsidian. Aber wir haben noch keine. Ähm. Keine Diamantspitzhacke. Wie hoch sind wir denn? Zehn. Okay. Okay. Dann gehen wir auf zwölf. Durchs dreizehn. Mal kurz rüber zu den Zombies und Skeletten. qualify. Was weiß ich denn? Ja. Ah nein. Pssst! Oje... Habt ihr den Raum vergrößert hier? Den Durchgang? Was ist denn? Kasserita gibt es überall? Das ist sicher so wertvoll wie... Retztum... Wahrscheinlich noch wertvoller... Ich muss mal das... Lava Zeigs hier werfen... So kann man ganz easy... Obsidian herstellen... Einfach auf einem Lava See... Auf nicht fließendes... Lava... Gießen und man hat Obsidian... Das man auch umständig... Abwärmen muss... Ich brauche Rucksäcke... Das nehme ich jetzt nicht mit... Das kann man nicht abbauen... Zwingen nehme ich dann... Nein... Leid ist... Blei glaube ich... So... Die Kristallen nehme ich mit... Ähm... Kann man das wirklich nicht abbauen... Wahrscheinlich mit einer Tierespitzsack... Ja... Wusste ich, dass es ein Durchgang ist... Na ja... Also... Muss ich eben nicht gleich in die Luft gehen... Das wieder klasse... Richtig... Flau... Flüssig... Was ist denn los... Perhaps... So... Ähm... 7... Was ist das? Peridot... Das ist ein... Heldestein... Ähm... Knochen... Was ist denn los? Schon vor... Bei... Regnum... Wie ist das? Was ist das? Schon für Kasseri... Oh... Kommt nicht aus dem Spielverband... Aha, Metall, wie der Fall. Wo ist das Stein? Stein hat mir gar nicht eingesammelt. Ja, was halt. So, ist noch ein wenig. Bleib wahrscheinlich. Ne, irgendetwas Neues. Ist das nicht das, wo man Sachen herstellen kann? Ne, scheinbar nicht. Ah, redstone, verkacken wir drauf. Was ist das jetzt? Kart new. So, ein harsher Ressels. Was ist denn das? Was ist denn das? Es ist zu häufig. Also schauen wir mal. Da. Man kann 10 herstellen. Sonst nichts. Man kann 10 in andere 10 herstellen. Umwandeln. 10 Flakes. Es ist 10 los. Söhnlos. 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 Söhnl. Söhnlos. 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 Das ist schon wieder etwas Neues, jetzt muss ich mich wirklich langsam fragen, was soll ich noch ganz werfen? Ach komm, das ist mir jetzt scheissegal, das Kassarit verkack ich jetzt dran Ja, das ist auch so heifig So So Oh Oh Das sind viele Das ist aber Wir brauchen einen Drill Und einen Mining List Das ist aber Das ist ja gut Das will ich aber auch mitnehmen Irgendwie das, was häufig ist Das ist häufig Ja Aber das Eisen möchte ich behalten Ah ja, ich kann ja das so käschen So Ich nehme das Potschup raus Und jetzt Küsse 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 So Küsse 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 Ist zu schwer jetzt meinte Küsse Ich glaube diese �se sind nicht wert Nichts Wert Wir wissen jetzt aber raus, sonst haben wir wirklich die Hälfte nicht Wir müssen die Hälfte nicht mit der Hälfte, aber wir müssen die Hälfte nicht mit der Hälfte. Ich zieh die nur eins hoch. Lass mich immer durchbauen. Ja, hier war ich schon mal. Aber auf der anderen Seite war ich noch nicht. Hm, hab ich diesen Scherz noch nicht mitgenommen. Dann legen wir hier mal... Wir machen eine Kiste am besten. So... Die Kiste machen wir hier in die Ecke. Die Workbench und... Und... Oh, bitte.